Hallo, ich bin Greg. Ich bin drei Jahre alt. Bald werde ich vier und komme in die Schule. Ich bin Testfahrer. Ich teste Spielzeug, Autos und Jeep. Zum Beispiel diesen hier. Das gibt es einen Rückwärtsgang und drei Vorwärtsgänge. Höchstgeschwindigkeit 50. Das ist ganz schön schnell. Der Motor hat 7 PS und 110 Coupic. Coole Sache. Das ist ein Rückwärtsgang. 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 Musik 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 Musik